Buona Noce oder Sierra, was auch immer. Willkommen zurück bei F1 Tracestars in Italien. Buona Noce ist auch eher Spanisch, oder? Ach, was weiß ich. Ich glaube schon, ja. Diese waren eigentlich im gleichen Team. Ist sowieso das Gleiche. Sind wir das? Ja. Ja, Teamwertung ist aber egal. Einzelwertung ist aber wichtig. Da hat der Belkin 27 Punkte, ich 30 und der Fjall schummelt mit 33. Nach zwei Rennen. Nach zwei Rennen. Ja. Und jetzt kommt der Monster. Ja, so sieht das aus. Ja, also ich habe gehört, die haben die Kurse mit Laser vermessen. Ich glaube auch. Ich habe einen Start verkackt. Nicht. Ich auch nicht. Aber ich brauche es mir halt. Bin ich ja besser auf dem 10. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nööööö. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. mit mir nein ich bin zu viel verhassen aber wer war die charles pick habe ich damals schon gesagt piqué immer ich glaube aber den pick spricht man nicht aus wie piqué aus nee aber hier wurde geschrieben mit qt genau er aber kann es sein dass der und dass sie dann für den irgendwie nicht direkt auch mit meinen hätten ja eigentlich von den formel 1 ja ich kenne ja auch nicht mehr alle drittklassigen fahrer von vor jahren als das spiel rauskam ach den wollte ich doch legen und nicht schießen die kann man legen die gelden kannst du legen ja indem du nach hinten drückst ach so ich dachte die werden richtig nach hinten geschossen ne die legst du dann an die position deswegen finde ich die halt auch viel geiler weil wir hatten naja man schießt sich ja sonst doch schon manchmal gehen selbst ab ja ich lasse mich mal kurz vorbei so die musik hat auch so ein bisschen was von irgendwelchen super mario ja jetzt bin ich da bin ich schon so weit hinten was was passiert wenn ich erst mal vor vom roten abgeschossen dankeschön du ich gucke nicht nach hinten das okay die 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 ich nicht danke becken ich gucke nicht mehr finden ich war vor dir ich weiß und wieder alle wust mit doch da habe ich das ehrlich gesagt gemacht becken lorange ist mein erzfeind das war deine blaue ich habe die aufgehoben von brüten das hat mich jetzt echt richtig plätze gekostet unser schöner fein hier ich will diesen teppich nicht kaufen ja ich wollte noch nicht nach vorne abschießen kommen ja lebe wird auch bitte ohne händen ach so das macht was ok ja schon möchte jemand Ja, schützt mich doch von den Power-Rabs weg, danke. Ich bekomme auch nichts ab. Ja, das hat mich jetzt richtig Plätze gekostet. Ja, jetzt zum zweiten auf den 11. Oh, direkt hinter Shadow, das macht mich sehr nervös. Ich bin direkt hinter Bacon, das macht mich auch nervös. Hey komm, ich hab extra Konfetti gegeben, um nicht zu feiern. Da hab ich mich direkt bedankt. Um, ich bin jetzt kaputt, die du mit. ich sehe nichts oh die 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 1 6 7 7 7 8 8 4 7 4 6 7 8 7 10 10 10 11 Nein. Nein. Nein, ich habe so einen Kaxapiker vor mir. Tut mir leid, es hat geregnet. Ja, ich weiß, dass ihr rote da hinten habt. Das reicht jetzt auch mal. Das waren nur drei Stück von mir. Hat wenigstens einer getroffen. Ja. 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 Ja! Ja, 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 ja. Nein! Und jetzt, Freund! Die Gebenrennen! Oh! Ich hatte gehofft, dass ich vorher noch Geld erreiche, das hat nicht geklappt! Oh! Oh! Nein! Nein! Ich bin, glaube ich, Fünfter oder so! Also diesmal? Fünfter war es so! 43! 43 natürlich! Aber das andere stimmt! Da waren ab dazu, kommen da waren 18! Ne! Achso! Diesmal dem! So! Dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder! Bis dann! Tschüss! 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 Vielen Dank.